Und damit Cheers, ich könnte halt jetzt schon kotzen. Das ist so eklig. Du sorry, ganz kurz, ähm, dir hängt deine Zahnspange im Haar. Es tut mir so leid, Ladies. Ladies. Du stinkt. Auch mal unter der Achsel schnuppern. Warum nicht? Wir bringen jetzt Spice rein in das Ganze. Endlich. Wobei, eigentlich war es mir definitiv schon spicy genug. Ich liebe Spice, Ladies. Ich doch auch. Ladies, ich habe für die Fashion Girls halt komplett übertrieben und deswegen macht jetzt gerne nur ein Horn. Und stinkt dein Römer. Leute, ehrlich, ich weiß, man vergisst das bei dem ganzen TikTok-Stress ziemlich schnell. Aber ihr könnt halt duschen gehen. Dann stinkt es insgesamt alles. Weniger. Da habe ich auch schon das erste für meine Ladies gekauft. Das war es mit Keanu. Ein gefallener Bruder. Ein ganz kurzer Geheimtipp zum Schluss. Fangt in der Beziehung niemals an. A. Voreinander auf Toilette zu gehen. B. Vielleicht auch zu rülpsen. C.